So, ich will jetzt nur noch die Drachen Snapper aus dem Arsch ziehen, aus dem Verkehr ziehen. Ich glaube, es sind noch mehr Snapper. Jetzt werde ich an die Wölfe vergeben. Und schon kehrt er zur Leiche. Wenn er meinte, er müsste so handeln, bitte. Oh, fehlt auch nicht mehr viel Erfahrung, so wirklich. Und dass ich hier einfach mal so länger hier bleibe. Im Minental, wo ich die Hauptquest fertig habe. Call me Velicify. Nein, Quatsch. Hauptsache, die können sich hier da durchzwängen. Hier ist der Napper. Die Leichen liegen noch da anscheinend. Die lassen sich's gut gehen. Ah, Happy Family hier. Na, genießt eure Mahlzeit, solange ihr noch könnt. Und das sind schon die Minecrawler, die sie überrascht haben. Paladine. In dieser Minecrawler regiert der Tod. Weiter hinten ist ein Drachensnapper. Ja, nee, ist klar. Ich mein, jetzt kann ich hier die Platten wieder ausnehmen. Bringt mir aber nix mehr. Oh, jetzt habe ich den Erzklumpen mal gevisiert. Den kann ich so großartig nicht ausnehmen. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Edel ist lang schwer. Ach, komm. Mal wieder Kram zu verkaufen. Goldene Schale. Sträfling. Noch ein Paladin. Waffengenecht. Oh, hier. Das ist in eine größere Höhle rein. Da ist nichts zu holen. Eieiei, hier ist ja was los. Sowieso zu geil, dass ich die alle mit einem schlafe. Oh, ich habe gerade Silvestro ausgenommen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Oh, mich sollte erst töten. Dass da keine Mutter ist. Keine Minecrawler-Königin hier. Hier liegen die Eier überall. Aber selbst die kann man nicht mal aussammeln. Ah, halb sieben deswegen hat es resettet. Ich habe mich gerade gewundert. Kommt denn jetzt der Rift noch einmal? So. Spruchrolle. Überall Knochen. Überall Knochen. Gut. Dann gehen wir mal hier raus. Einfach Rolder. Oh, Liederbeutel hier noch. Sehr schön. Im ersten Teil war da auch wirklich nichts. Einfach nur so leere Nische irgendwie. Oh, was haben wir denn hier? Oh, je. Und ein Stein-Golem. Auf dem fahren gleich tausend Blitze ein. Anders hinsetzen. Vielleicht komme ich so ein bisschen besser klar. Ja, es wirkt so zumindest. Ach ja. Lucky look. Da sind wir über dem Wasserfeld. Ruhig. Ja, die erledigen wir einfach auch mal so im Nu. Da ist der Vulkan wieder. Das ist einfach mal das alte Kastell weg. Unglaublich. Was mich da einfallen lassen hat. Ja, ja. Rückkehr in die alte Welt. So, was gibt's ja jetzt bei Path of Exile, ja. Jetzt sagt man nicht, dass ich ein Schnellchecker bin, weil, schließlich, das Video kommt ja später, als ich aufgenommen habe. Oh, verknallt mich. Da ist der andere, eingestürzte Turm von Xardas. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr rein. Hab ich da oben noch was gesehen, ne? Wie? Wie? Das Ding ist, hier kann es auch nicht mehr abtauchen. Hier geht es nicht mehr rein. Kommt man ja auch nicht hoch, aber oben sieht es so aus, als wäre da was. Das sieht echt aus wie ne Nische. Aber wie kommt man da hoch? Und wieder zurück. Weil da... ...habe ich ja zuletzt noch Drachenstepper von oben gesehen. Äh, hallo? Dann komm ich hier auch wieder raus. Aha. Da hinten. Dann holen wir sie einen nach dem anderen. Hööö, da unten ist einer abgetaucht. Mau. Das ist sowieso egal, wie geschützt ich bin. Großen Schaden machen sie eh. So, ein Hammer. Aus der Meute ziehen können. Die sehen ja auch gruselig aus. Ähm, wo ist denn jetzt der andere hin? Ist der wie... Ist der wie... Ach nee, da... Ach, da kommt er. Nee, jetzt kommt er wieder hier hin. Und da schwimmt er. Na, wo sind wir? Was sollte das denn jetzt werden? Kommt er hier aus der Wand? Super Aktion. Nur... ...ohne Nutzen. Oh, jetzt haben wir hier so weit alles abgegrast. Jetzt will ich aber nochmal was nachgucken. Ist inzwischen... ...Ding jetzt wieder aufgetaucht. Oh, da taucht. Oh. Ah ja, der Rächer. Aber auch. Da ist nichts zu holen. Die Feierbaranen wollte ich auch noch entlegen. Ach. Waren die noch angeschlagen? Da hat ja mittlerweile ewig, bis man sich mit Nahrung vollgeheilt hat. Und mit den Tränken wird es langsam auch hier. Langweiliger. Da ist nichts zu holen. Halt. Oha. Die Wege sind belagert von Orks. Da wusste ich, wie man durchkam. Oh, nein. Oh, Rächer. Ach, Alter. Warum zieht sich das jetzt so? Das war so dumm wieder, ey. Echt. Absolut idiotisch gerade, ey. Das war so dumm wieder. Das war so dumm wieder. Holen euch die Blitze. Oh, oh, oh. Na, kommt mal alle her. Da ist nichts zu holen. Ich hätte es nicht gedacht, das Stand zu halten. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Nichts zu plündern. Ich höre noch ein Ork. Oh, da. Da ist erstmal ein Krieger auf mich. Schlag noch zu, obwohl er schon tot war. Wieso nichts mehr? Nichts zu plündern. Gute Zeit sich zum Heilen. Shit. Da kann ich eigentlich noch so lange sammeln, bis ich... Ja, wenn ich den Ork Ring jetzt angehe und die Ork Palisade, dann sollte ich doch eigentlich auf einen gewissen Wert kommen. Pass auf, ich fang hier mit der Palisade erstmal an. Da sollten eigentlich weitaus weniger Orks rum sitzen als... ...ne? Im Kessel. Na, kommt ruhig her. Ich sollte mal anfangen, eine andere Waffe zu tragen. Da ist nichts zu holen. Ich probiere jetzt mal hiermit gegen die Orks zu kämpfen. Weil irgendwie... ...habe ich das Gefühl... ...wenn ich nur mit dem... ...mit der Belia-Klaue hier... ...treffe, dann macht das erstmal wenig Schaden. Der richtige Schaden kommt erst mit dem Blitz. Mach's ein bisschen anders. Ach Mensch, wo waren die Zeiten, als man hier noch vorbeilaufen... ...einfach hier lang langlaufen konnte. Und hier war der Wald. Da, wo jetzt die Palisade stehen. Oh, jetzt gibt's kein Entkommen. Okay... ...doch... ...klaue Belias. Ja... ...doch, wo der. Nichts zu holen. Alles klar. Dann weiß ich ja Bescheid. Bleib ich erstmal noch dabei. Puh... Ah, da kann man schon mal die Zelte plündern. Uiuiui. Ja, natürlich. Oh, jetzt so eine riesige Reichweite. Na, so lange ich wieder bin... ...das ist mir egal. WAH! WAH!